Das ist Lukas. Wir haben für Lukas ein besonderes Buch gemacht, nur für ihn. Es erzählt die Geschichte von einem kleinen Jungen, der aufwacht und sich auf die Suche nach seinem Namen macht, der verschwunden ist. So macht er sich auf einen zauberhaften und abenteuerlichen Weg, um seinen Namen zu finden. Er begegnet einem freundlichen Löwen, der ihm den ersten Buchstaben seines Namens gibt. Als nächstes trifft er auf ein UFO, das direkt aus dem Weltall kommt. Eine ziemlich launische Königin, einen hungrigen Affen und einen äußerst schillenden Strauß. Jede Figur gibt Lukas den ersten Buchstaben seines Namens. Und da, Flux, hat er seinen Namen wiedergefunden. Und es geht nicht nur um Lukas. Wir können Bücher für jedes Kind machen, Junge oder Mädchen. Mit unterschiedlichen Figuren, die unterschiedliche Buchstaben verschenken, um jeglichen Namen zu bilden. Und zeigen, dass mit Mut, Neugierde und Freundlichkeit alles möglich ist. Sogar das Finden eines verschwundenen Namens. Girlen Musik Untertitelung des ZDF, 2020